moin leute und herzlich willkommen hier auf meinem kanal dann über die mit exklusiv super mario party 2018 erschienen und immer noch in meinem regal verfügbar ist es der helle wahnsinn weil hier kommt ja nix weg und heute wieder mini spiel in einer mini episode wenn es euch gefällt daumen hoch lassen aber da wir gehen jetzt direkt rein einmal hier den spaß weg und da unten gehen wir rein leute heute wieder sicherlich eine teamaktion bomben ja wir machen wie immer ich gegen das team gegen super mario rosalina und oha ich habe einen riesen schläger der darf mich aber glaube ich nicht treffen oder wieder mit hilfe von kannst du deinen charakter steuern ja aber was soll ich machen müssen die dürfen die nicht haben wir denn ein anzahl an leben oder ich verstehe mich wir sollen gegner bomben in die gegnerische hälfte schlagen aber ich weiß jetzt gar nicht was das bringen soll ach so punkte und da oh 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 hier haben wir mal gute punkte gemacht schon hab ich gewonnen? ne 8 zu 10 Alter der ist ein bisschen was runtergeklabbert bei mir ey okay das ist gut ausgeglichen würde ich sagen das game ja würde ich sagen wir machen nochmal die andere variante natürlich jetzt wieder gegen mario damit hier keiner verwirrt wird verwirrt wird so und jetzt bin ich auf der rechten seite mit mario wir spielen auch hier wieder auf dem modus sehr stark kommt leute schmeiß den scheiß rüber oh das war eine gute taktik das war eine richtig gute taktik oh das war eine schlechte taktik von mir boah ich bin aber auch so schlecht in dem spiel leute mach ihn weg mach ihn weg boah Ende 5 zu 11 richtig verkackt boah gewonnen die waren richtig gut alleine ne ich war richtig schlecht muss ich ganz ehrlich sagen ne ist nicht mein game liegt mir nicht so hat's gesehen aber naja naja haben wir das auch mal gesehen bombminton hier mit mir daddelbuddy und dem game super mario party zu finden in der videospielsammlung von 2018 greift zu das game hat übrigens 80 mini spiele ne für alle die es mal interessiert natürlich gemixt mit teamspielen und ähm ja einzelspieler also quasi jeder gegen jeden Leute ich danke euch fürs reinschauen bleibt gesund bis zum nächsten mal euer daddelbuddy